Ja, guck, jetzt kannst du drauf. Siehste? Mongol... Ja! Okay! Alter! Ja! Hallo und herzlich willkommen zu einer Adventure Map mit Alex und Ricky. Am Start des Map ist 1.6. Die Musik geht uns auf den Sack und deswegen machen wir jetzt mal vernünftige Musik an. Geh weg davon! Geh da weg! Okay. Read me. Welcome to the Map 2.4.1. There are no rules, but if you don't want to cheat, just don't use comment or cheat mods. Ja. Dies Map ist already blablabla, 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 das sind die beiden Map-Erfinder. Resource Pack Button. Sie sehen ganz schön crazy aus. Ja, wir haben das Resource Pack, was vorgegeben ist, drin. Sieht aus wie das Normale eigentlich. Ja, aber die, die, ähm... Ja, aber das wollte ich jetzt sagen, die beiden hier, die Schilder hier, die sollten eigentlich anders aussehen. Ist aber nicht so. Wir sagen einfach mal, I don't care. Was ist das? Yay! You're using the check button. Hast du schon hier drauf gemacht? Hier? Was? Was? Jo. Du bist 1 Test Subject und was bin ich? 2. Ich bin 2? Okay, da muss ich überall rein, wo 2 ist. Okay. Drücken? Jo. Also, oh, jetzt habe ich mir gegen mein Mikro getreten. What the fuck? Yeah, ja. Yeah. Ah, checkpoint, off the bat. Ja, warte, ich gehe sofort in den Checkpoint rein, Mikrofon kurz fest schnallen. Sind wir eigentlich hier im Game Mode 2? Kannst du sofort wieder rausstellen. Äh, ja, müsste eigentlich. Okay, sind wir ja. In dem Fall. Gut, ähm, die Map soll so ähnlich sein wie, äh, Portal. Sieht man auch hier schon, offensichtlich. Die Map heißt, äh, Stay Forever Together oder äh, 241. Jo. Ich würde so gerne wissen, was passiert, wenn man da hinten drauf drückt. Nein. You are. Ach, komm, nee, wir machen das nicht, oder? Ach. Du Nutte. Tschüss. What the fuck? Alter. Du fliegst so einen 800 Meter langen Gang runter, ich schwör's dir. Und dann fliegst du aus der Map raus. Hä, wie konntest du denn Dings machen? Wie konntest du denn Feuer machen? Äh, äh, Dings, äh, zerbrechen. Glas? Ja, du bist so ein Mod im Adventure-Hop. Glas kannst du im Adventure-Mod machen. Ja. Egal. Wir schieben jetzt nicht mehr so ein Sterben direkt wieder. Wart man hier drauf. Aber der Checkpoint 1 funktioniert. Das ist gut. Ah. Okay. Durch hier. Und was jetzt? Okay. Ja, gefällt dir jetzt. Idiot. And you fail. Alter. Junge, Alter, ich bin's voll gewöhnt mit Shift zu, zu... Du Nutte. Ey, warte mal, warte. Ey, hör mal auf, ey. Ey, das ist so... Komm, dir war schon lustig. Nein. Idiot. Ja, ich bin jetzt... Ähnlich gewöhnt mit Shift zu sprinten, aber das geht hier bei den Adventure-Models kaum. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Alter, wieso gehst du nicht einfach da... Oh, nee, das geht ja nicht. Okay. Alter, was ein Scheißdreck. Du musst nochmal zurückgehen. Oh, ist das dein Ernst, Alter? Ja, Junge. Du bist so eine Currywurst, ne? Ey, du bist so eine... Ich glaube nicht. Ich fasse es nicht. Ja, 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 ja. Ich Currywurst, ne? Ja, ja, ich fall auch beim letzten runter, ne? Du bist so eine kleine, dreckige, messkiffende... Ja, übertreib, Junge. Ja, komm du wieder zurück. Ey. Ja, kann ich nichts für. Alter, 1. Level, wir sind hier so am verscheißen. Das kann einfach nicht wahr sein. Das kann einfach nicht angehen. Wer der Bambus... Ja, ja. Typ da hinten nicht... Achso, komm. Was wolltest du von mir? Worauf wartest du? Fall nicht runter. Nein. Das kann doch nicht wahr sein, Junge. Das ist ein Scheißdreck, Junge. Ich schwör es dir. Was ein Scheißdreck. Wegen Ricke machen wir das heute noch... Alter, Alter. Schnauzeig. Try 690, ne? Ey, yo. Ich war doch... Ja, jetzt rage man nicht, ja? Ich war doch auf dem Block, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Er schmeißt das Mikrofon wieder vom Ständer hier. Nicht so wie bei Need for Speed? Stimmt, das Video müsste ja eigentlich draußen sein dann, ne? Weiß ich noch nicht. Ey, du Wesen, Alter. Ey, das kann ja wohl nicht angehen wie ein Elektrogerät. Wenn die Steckdose fehlt. So, los jetzt. Jetzt machen wir ganz ordentlich. Ey, nein, ich hab die Shifter hast du gedrückt, geil. Ey, du Wesslinger. Okay, warte. Ey, Junge. Erste Level. Ey, das sind die einfachsten Sprünge, ey. Wattwoll. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ey, das ist das halt... Riki, ne? Riki der Fehler, ne? Ja. So, komm jetzt, Junge. Wenn du das jetzt wahrscheinlich... Ey, Slick, Aureton. Das kann doch nicht wahr sein. Das gibt es doch nicht. Wenn Riki runterfallen darf, dann darf ich das auch, ja. Ey, du Wesslinger, Bambuskopf. Alter, weißt du, was ich jetzt einfach mache? Hier schiebt ein bisschen. Schnauze voll hier. Ich hab den Kuchen aufgegett. Ey, du Häslinger. Ich wollte auch was essen. Was ist denn hier hinten? Did you miss the second cake room? Was für ein cake room, Alter. Hä, wo bist du? Ich bin hier den Weg entlang gegangen, den ich gerade kaputt gebrochen habe. Aber hier geht es nicht weiter. Da ist einfach nur ein Steinblock. Ja, ich wette, da ist der cake room. Ja, und... Opening cake room. Du bist so eine Hose. Ja, 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 ja. Ey, wieso geh ich hier jetzt wieder runter? Ich will keinen Kuchen fressen, ey. Hier öffnet sich nichts. Ja, ist ein Fail, ja, also... Egal. Komm, dann gehen wir jetzt einfach weiter. Ja, der ist unter... Der ist unter uns. Ja, und wie kommen wir jetzt hier wieder hoch, Alter? Gut durchdacht, würde ich mal sagen. Ich geh einfach runter und fress. Ja, und dann? Ja, dann geh ich wieder hoch. Geht nicht. Klar. Auf jeden Fall, Junge. Guck. Guck. Ach so, ja. Ja, 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 ja. Wo man hochschwimmt, Alter. Junge, das Wasser ist noch nicht lange da. Wir können uns schon wieder nicht schlagen, Alter. Was soll denn der Scheiß? Was soll der Scheiß? So, war das hier? So, hier geht's jetzt weiter. Und wir gehen weiter. Warte, 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 warte. Checkpoint. Aufstellen, so. Level Nummer 2. Kuchen. You have to split up. Let's see how smart you are. There is just one way to complete this. Because you can stand on trees. Pleasure plates. At the same time, okay. Okay, dann geh ich mal hier rein. Alter, das leckt gerade extremst. Ah, da. Guck mal, geh mal da drauf. Mois. Jo, bin ich doch. Jo. Jawoll. Hier hab ich ne Platte. Was passiert da? Gar nichts. Das ist ja nice. Das ist ja echt. Warte. Ne, doch nicht. Da geht bei mir das. Warte, ich hab hier noch ne Steinplatte. Wieso komm ich denn? Da ist ein Schalter, aber da komm ich nicht dran. Bei mir ist auch einer. Was ist da passiert? Weiß ich nicht. Ähm, geh mal nochmal überall auf irgendwelche Knöpfe drauf. Aha. Okay, hier passiert gar nichts. Ah doch, hier ist ne Kiste. Da sind, hier sind zwei Papierchen drin. Papierchen. Ja, die musst du mir geben, dann kann ich das hier drauflegen. Ja, wie kann ich die? Ich kann die nicht. Hier ist ein Dispenser bei unten, doch. Ja, bei unten. Ja. Geh nochmal auf die Platten drauf. Ich hab ein Papier. Ah, warte. Okay, ich hab beide Papiere. Papiere. Ja, das war Fail. Aha. Alter, wie lange brauchst du denn? Wie lange du brauchst einfach nur. Du brauchst einfach nur so lange. Scheiße, ich bin gefangen. Ne, doch nicht. Brauchst einfach nur so lange. Du brauchst einfach nur so lange. Ja, okay, meinst du? Ne, ist in Ordnung. Jetzt brauchst du gar nichts mehr zu sagen. Auf Wiedersehen. Ja, mach ich auch nicht. Ja, okay, tschüss. Okay, tschüss. Okay, raus aus dem Bett. Hier ist Knopf. Drück da drauf. Cake Room Opening. Wo denn? Wo, 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 wo? Was steht hier? Ah, ich hab ein. What? Yeah, warum? No, ditze TNT get. Hier ist TNT. Ich hab ein Kack Room. Ein Kack Room, ja. Du bist aus dem Kack Room. Hier ist TNT. Ich drück mal auf den Button drauf. Nein. Idiot. Was machst du da, Alter? Besen. Ich hab, ich hab ein Herz verloren. Haha, you cheater. My Defense System ist zu gut. No, is it not. Wir werden das Defense System noch knacken. Ah, so. Hahaha. Hahaha. Ja, ey, guck, guck, guck. Ja, das ist ganz schön knapp, du. Hahaha. Was ist das denn, Alter? Ah, okay. Nein! Nein! Ja, 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 ja. Du musst nochmal runterkommen. Hahaha. Ja, 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 ja. Du musst nochmal runterkommen. Nein. What? Hä? Ja, doch. Du musst nochmal runterkommen. Alter, Maul, du wehs. Hahaha. 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 Das macht ordentlich da. Riesenchild. Ich glaub, bei dem letzten darf man nicht drauf springen. Der kickt dich runter, ich schwör. Du darfst doch so nicht da draus springen. Nein! Ey, du scheiße Affel, Alter. Ich hab's geschafft. Ich bin die ganze Zeit drüber gesprungen. Ja, jetzt komm wieder runter. Äh. Idiot! Ey, what the fuck? Idiot! Du Mongole, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Achso, ich bin nicht gesprintet daran, nach der Fehler. Hahaha. Ja, du ist ganz geil, Alter. Ich schwöre, du ist Hammer. Hahaha. Ey, ja, ich schwöre. Was bist du für eine Nutze, ey? Ja, okay. Okay. Turbo. Nee, nee, du kannst mich nicht boxen. Schade eigentlich. Sollte man hier aktivieren können, ey. Allein! Hahaha. Jogi. Du musst runter. Jogi. Warte. Ja, lauf doch. Ja, lauf doch. Ja, lauf doch. Du wässlinger. Ja, was ist das? Geh doch nicht direkt wieder da runter. Ja, was ist denn? Ja, was ist denn? Ja, wolltest du nicht mal laufen? Ja, komm, lauf mal. Ja, was ist denn? Ah, ist geiler Reflexion. Nein! Komm, komm. Hast du gerade mal so geschafft, ey. Ich gehe mal auf jeden drauf, nur beim letzten nicht. Beim letzten... Du kannst ruhig auf jeden drauf gehen. Nein, kannst du nicht. Doch, beim letzten nur nicht. Boah, ich habe es geschafft. Ja, genau, Alter. Junge, wenn ich da drauf gehe, dann kickt er mich runter. Nein, bleib mal auf der ersten Druckplatte drauf stehen. Alter, was ist denn? Leck in der Wand. Ich leck in der Wand. Hast du das gesehen, Alter? Ja, ja. Alter, ich leck schon wieder in der Wand. Ey, 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 das ist so ein Hunde scheiß. Ja, guck, jetzt kannst du drauf. Siehste? Mongol... Ja! Okay! Alter! Ja! Wäre das schiefgegangen? Das ist nicht schiefgegangen, Junge. Wäre das schiefgegangen, ich schwör's dir. Hopp in den Kack rum, Junge. Geh erstmal in den Kack rum rein. Ist hier nicht irgendwo ein Kack rum? Ah, ich guck mal nach Kuchen, ey. Ich muss essen. Ich auch. Fuck. Ich komme nicht mehr raus. Do not break. Ha! Kuchen. Kickpoint erstmal aktiviert. Please leave the cake alone and just stand on the pressure plates. Ah, okay. Ha! Cake weg. Oder was? Wir sind schon bei Level 4. Young! Ja, du! Ey, du bist so eine Fame-Hure. Vielleicht gehst du nochmal unten drauf? Unten geht doch. Hier ist ein Feuerzeug drin. Okay. Oh, ja, komm. Ich konnte noch nicht mal lesen. Did you know? Did... Ha! Did you know? Did... Die... 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 Ja, komm, leck mich doch, ey. Wo bist du? Hier, Brenner. Ich kann das nicht ausmachen, du Affe! Logisch kann man das nicht ausmachen. Did you know... Hey, Junge, ich sterbe! Ich sterbe, du Affe, Alter! Ja, Junge, da steht doch, da steht, did you know, that you can burn test subjects. Wollte ich gleich mal ausprobieren. Hier, stell dich auf die Platte. So. Du kannst die Wolle abbrennen, Wiesenschild. Da steht, did you know, that you can burn subjects. Ja, ja, did you know. Und da habe ich das gemacht. Junge, ich konnte ja nicht wissen, dass du so darauf reagierst. Na, das geht doch. Ah, da steht. Ah, da steht. Ah, da steht.